Und dann Moinzen zu diesem VfB aktuell, das ja doch recht persönlich ist, doof gesagt, oder halt nicht VfB News insgesamt ist, sondern einfach auf mich und eben auch auf den Kanal bezogen ist. Denn ich habe nun endlich hier am ersten Tag der Wechselfase meine Dauerkarte bzw. meine Dauerkarten bestellt. Die Bestellung ist jetzt aufgegeben, hat alles so funktioniert, wie es mir erträumt hatte. Ich hatte ja zwei Dauerkarten oder besser gesagt sogar drei Dauerkarten mit zwei Kollegen eben, weil ich da immer im Stadion 19, 20, also in der 2. Saison noch, von da sind die Dauerkarten ja noch reserviert gewesen, eben ganz, ganz oben in 47e. Also ihr könnt da gerne nochmal die Stadion Vlogs abchecken und jetzt hier die Bilder angucken von der Saison. Aber ich habe jetzt kein perfektes Bild gefunden, um das so ein bisschen darzustellen, wie genau der Blick war, weil eben auch die GoPro damals, GoPro im Stadion gewesen, das ist auch nochmal ein ganz, ganz anderer Weitwinkel als jetzt mit der Kamera halt. Das ist nochmal eine ganz andere Sicht mit der GoPro. Die gibt dir das Gefühl, dass du es besser noch weiter weg. Ich glaube, ich habe hier ein paar Handyfotos rausgesucht. Also der Blick ist nicht optimal, sag ich mal so. Also sehr, sehr weit oben und auch eben nicht in der Kurve drin. Ihr habt ja gesehen und gemerkt, letzte Saison war ich immer in 34D eigentlich, weil wir eben an Karten kamen. Die Dauerkarte letztes Jahr dann nur gebracht, dass du eben im Vorverkauf schon an Karten kommen kannst. Sonst wäre ja auch letztes Jahr schon nichts gegangen, aber die Dauerkarten haben halt nicht, ja, keine Gültigkeit gehabt, sondern nur eben für den Vorverkauf geholfen. Und so hatte ich jetzt den Struggler, den Versuch eben noch tiefer in die Kurve reinzukommen und habe es dann geschafft. Da musste ein ganz, ganz dickes Los raus an den Service Center, weil die Ticketseite vom VfB so ein bisschen gespackt hat. Also ich habe wirklich immer, immer, immer geschaut, jeden Tag geschaut, Zusatzplätze. Man konnte schon Zusatzplätze buchen, die schon frei waren, da immer, immer geschaut und halt zwei Stück nebeneinander im Sitzbereich Kurve zu finden. Das war gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit, gerade vor allem auch zentral eben in diesem Sitzbereich, so dieser 34D-Block, wo ich ja war. Und dann jetzt eben, ab heute früh um 10, war ja Wechselphase und schon gestern Nacht irgendwann, keine Ahnung, 23 Uhr, 0 Uhr oder sowas, bin ich mal rein. Auf einmal waren die ganzen Blöcke schon frei und habe mir da Karten gesnackt in 35C. Also sehr, sehr nice, auch eine sehr, sehr schöne, also angenehm hohe Reihe, aber noch nicht zu hoch so. Quasi auch direkt anliegend an 34D, wirklich, der Blick ist wirklich komplett zentral. Ich habe es hier drin mit der VfB 3D-Seite, da sieht man es nicht perfekt, aber der Blick ist halt Realtalk zentral. Das ist richtig krank. Konnte aber, und da kommt der VfB-Service ins Spiel, die Scheiße halt, ja, nicht buchen, weil meine zwei Dauerkarten, die ich noch hatte, aus 1920, gingen nicht weg. Es gibt halt den Button mit Ticket löschen. Die beiden noch reservierten, von 1920 aus 47E, gingen ums Verrecken nicht weg. Bin dann heute Morgen dann rein, ich glaube, um 9 Uhr oder sowas, wenn die halt angefangen haben mit ihrer Schicht quasi, direkt VfB-Service angerufen, ich glaube, 40 Minuten oder sowas in der Warteschleife gehangen, aber dann irgendwann 9.45 Uhr rum oder sowas, bin ich dann ran und habe das mit einer sehr, sehr netten Service-Dame geregelt bekommen. Die hat gesagt, jo, mach mal, passt alles mit Mitgliedsnummer, bla bla bla, hat die zwei Karten, die ich ja auch schon reserviert hatte, ne, die aus 35C. Also, es gab keine neuen Karten oder sowas, aber die, die ich auch schon bei mir in meinem Login schon gesehen habe, die habe ich reserviert, dann auch bekommen. Und eben, sie hat so geregelt, dass eben auch die zwei Dauerkarten aus, ja, 47E weg waren. Darum ging es ja hauptsächlich, die sind dann auch weg, hat ein paar Stunden gedauert, hat so angekündigt, einmal über den Tag schauen, irgendwann klappt es. Und dann waren sie da, habe eben vorhin bestellt. Und auch, wichtig und richtig, als hybride Dauerkarte heißt, du kriegst es als mobile Dauerkarte, aber eben noch viel wichtiger, kostet, glaube ich, 10 Euro drauf, nochmal pro Bestellung. Also, insgesamt, nicht für jede Einzelkarte, sondern insgesamt pro Bestellung, ja, 10 Euro für eben diesen Chip, halt wirklich wieder in der Hand halten. So, wie es mit jeder Dauerkarte üblich war, so 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, gut, 20, 21 gab es halt nicht. Und jetzt wieder, äh, 22, 23, ähm, und auch 21, 22 gab es auch nicht, ne. Aber das waren so ein bisschen meine Dauerkartensaisons, seit 16, 17 habe ich eine Dauerkarte und auch seitdem immer das halt physisch in der Hand halten, ist halt viel geiler, als jetzt auch diese Printed Home Tickets und sowas. Das ist einfach viel, viel geiler. Und so, äh, kurz Update hier gemacht, wollte ich euch noch Bescheid geben, wo genau ich hocke und von wo es aller Voraussicht nach dann eben auch die Stadion Vlogs gibt, ne. Heißt für euch, keine große Umstellung, es ist praktisch genau die gleiche Sicht wie letzte Saison. Ich bin sehr, sehr happy, dass es noch funktioniert hat. Äh, ich war wirklich, äh, wirkte für mich recht aussichtslos, aber sehr, sehr geil. Es hat funktioniert und auch für alle anderen, ähm, Wechselfaser läuft noch bis Sonntag, 19. Juni. Und eben vor allem auch, haben ja auch immer wieder Leute Insta-DMs geschrieben, zum Beispiel, wie es da aussieht, wie viele Karten noch frei sind und so weiter. Also es gibt durchaus Karten in der Kurve noch, aber immer halt nur Einzelplätze. Und mal gucken, ob die bis zur Ende von Wechselfaser noch da sind. Also es ist schon alles sehr, sehr gut verkauft. Wir haben ja die ganzen Rekordzeiten auch gehört vom VfB. Hier direkt nach einem Tag 7.000 verlängert, jetzt haben wir 13.000 verlängert, jetzt haben wir schon 20.000 verlängert. Der Ansturm ist extrem groß. Ähm, und ab Montag eben, ab 20. Juni, ab 10 Uhr beginnt der Vorverkauf für die Mitglieder. Und interessant ist da, ab da kommen dann auch die Stehplätze mit rein. Die kannst du jetzt auch nicht als Zusatzplatz auswählen bisher. Du kannst natürlich verlängern, wenn du eben eine Stehplatz-Dauerkarte von 19,20 hast. Die kannst du verlängern logischerweise. Du kannst nicht einen Zusatzplatz holen als Stehplatz. Der einfach geschwärzt, der Bereich. Erst ab Montag kommen die freien Dauerkarten im Stehbereich, dann eben auch in Verkauf. Erst ab diesem Mitgliederverkauf. Genau, und für euch noch kurz die Info, lasst gern ein Abo da. Stehen aktuell bei 64% Nutzer ohne Abo, die in den letzten 28 Tagen jetzt hier in der Statistik die Wiedergabezeit, also die Views, die Aufrufe auf meinen Videos ausmachen. Also lasst mal, lasst mal das mal ein bisschen heben. Ich finde es eigentlich ganz geil, so Richtung 50% zu gehen. So 50% haben abonniert, 50% nicht. Das wäre eine ganz schöne Richtung. Und eben auch Freitag um 12 Uhr kommt der Spielplan raus. Ich würde gern ein Video dazu machen. Wird es wahrscheinlich auch geben, aber eben einen Ticken später, weil ich ab morgen Mittag, oder jeden Tag, wenn man es hochladet, weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall ab Donnerstag Mittag bei Southside bin auf dem Festival. Auch mein erstes Festival. Mal gucken, wie es da so wird. Und da ist, wie gesagt, das geht von Donnerstag bis irgendwann Montag früh oder so, reißt halt wieder ab. Das wird ein bisschen dauern. Das heißt da, wenn es was gibt, dann über Instagram-Story. Deswegen sehr gerne ein Abo dalassen auf Instagram. Auch da wachsen wir also vielen, vielen Dank an jedem, der da, ja, das Abo dagelassen hat. Und auch da eben, ich habe schon oft gesagt, bist du halt extrem, extrem viel schneller dran, mit den aktuellen News da irgendwas zu bringen. Die Screenshots von irgendwelchen Twitter-Geschichten vom VfB, irgendwelche Insider-Geschichten, da bin ich einfach viel, viel näher dran. Und das wäre es auch schon von dem Video. Eigentlich wieder länger gelabert, als ich gedacht hätte und auch eigentlich gewollt habe. Aber ich bin sehr, sehr happy, eine sehr, sehr geile Dauerkarte gefunden. Wie gesagt, aller Voraussicht nach gibt es von da aus Stadionfloks. Es kann auch, ob sich bis dahin irgendwas rechtlich ändert, dass es auf einmal doch gestrikt wird oder wie auch immer. Irgendwas kann ja immer sein. Aber von da aus ist erstmal geplant, dass natürlich die Stadionfloks kommen. Ich habe extrem Bock auf die neue Saison. Testspiel ist ja auch schon angesetzt für Valencia. Der 23.07. müsste es sein, habe ich gerade gar nicht genau richtig im Kopf. Aber mal gucken, vermutlich bin ich da auch am Start. Denk mal schon, Samstag 15.30 Uhr, das sollte schon zeitlich irgendwie passen. Auch neben dem Ende meiner Prüfungsphase quasi. Das ist bei mir den gesamten Juli lang. Terminlich mit dem ersten Pflichtspiel, um das hier noch aktuell mit reinzunehmen, nach eben dem Testspiel geht es eine Woche danach weiter. Freitag, 29. Juli, 18 Uhr. Also wirklich auch keine geile Ansetzung, um nach Dresden zu fahren. Mal gucken, wie es da aussieht. Und dann ist ja schon eine Woche darauf der Bundesliga-Start. Am Wochenende vom 5.8. beginnt die Bundesliga. Genaueres wissen wir dann in den nächsten paar Tagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.